Zauberkeit, Zauberkeit, ja, RedDocs, du brauchst mehr Personal. Viel Spaß! Hallo Leute, willkommen zurück bei RedDocs für unser Let's Play Bigger Mission, neue Folge für euch und wir gehen erst mal live mit unserem Charakter. Du hast eine neue Nachricht von der Stadt New York Herald, oje, oje. Was ist das? Was wollen die von mir? Nachrichten, Personal, wo könnte ich einfach die ganze Nachricht sehen, das ist auch die Sache. Kontakt, ach, ja, das ist bald die Kontakt. So, Moment, die Stadt New York. Sehr gerne, wir möchten sie darüber informieren, ach, wie der rechtlich gepaart vorgefunden würde, ok. Ja, das muss ich auch selber schauen, was ist mit meiner, oh, 229, oh, ich kann noch schlafen, komm, schlaf mal noch bis, Ja, schlafen, geh, das war zu, ich war zu früh aufgestand, ok, äh, essen, konnten wir auch jetzt noch machen. Essen, Tiefkühlkost, jawohl, das mach auch nicht wohl, aber das ist ok. Äh, jetzt, ok. Oh, 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 oh. Äh, nein, hierher. Ich glaube, sowieso, wie die Maus, genau, sehr gut, so bis ich bewege. 200.000, das ist auch nicht schlecht, wir haben viel Geld im Moment. So, äh, wo soll man hingehen? Ich werde sagen, äh, gehen wir erstmal zurück in uns, äh, Geschäft. Red Dogs Flower, jawohl, fahr mal hierher. Weil, ich weiß nicht mehr, wo fällt die Kamera? Ah, das ist in dem andere Geschäft. In dem andere Geschäft fällt die Kamera, hm. Dann gehen wir, so, oh. Aber warten wir erstmal auf die Lieferung. Ja, die Lieferung kommen um 10 Uhr. Und das, dann können wir das direkt... Äh, platzieren. Äh, die will gut. Aber ich kann sie auch nicht einfach platzieren, wie ich will. Ich glaube, die Ehefeldkamera, ja. Ja, in die Mitte, das ist auch ohne Überwachung, hm. Ja, ich muss auch dringen, diese... Ich muss dringen, äh, Square Aliens. Ich glaube, das war ihr, ich bin auch nicht sicher. Äh, Red Dogs Surprise. Aber Montag, c'est nu? Nee, ihr ist das nicht. Das ist ihr nicht, diese Trennwand, okay. Äh, vielleicht ihre war das. Ah, sie rufen, ah, okay, okay. Äh, Geschäft für Bürobedarf. Äh, okay. Ich hoffe, das ist ihr. Das ist ihr nicht, okay. Nein, dann kommt nichts. Dann, Personalvermittlung, Bank. Äh, Mobilhaus. Mobilhaus. Was haben wir noch dort? Ah, ich glaube, Glasabsperrung. Okay. 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 Kambald. Hm. Hm. Wärbe Teppich. Präbe Sofa mit, hm. 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 Okay. Nein. Das war das nicht. Innenausbauer. Marketingagentur. Hm. 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 Oh. Oh, aber. Die Putzfrau hat wieder nicht sauber gemacht, hm. Ok Ja Wie lange ist die Kran, die Putzfrau Muss alles selber putzen Es gibt es doch nicht, oder? So Hier in die Mitte Es ist dreckig Ok, aber wo ist noch dreckig? Ah ja hier Oje, das ist überall dreckig Ja Aber da gibt es ein Prozent, ich weiß noch nicht wo der ist Ich versuche mal Ganz genau die ein Prozent Ok, entsorgen Für ein Prozent Das ist auch nicht so schlimm, oder? Blö Also jetzt Muss man noch die Kamera anstellen So platzieren Das ist auch die Sache, ich kann sie auch nicht so Placieren Ja in die Mitte Kann ich leider nicht überwachen Dann mache ich auch einfach Ja Ah Hm 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 Okay ja im defekt ja mit die kamera das ist etwas sehr kompliziert aber wenn ich stelle die einfach es ist auch die frage wie kann ich das ich habe auch gesehen das ist auch wieder trickisch nein ich glaube ich muss die kamera wieder das mit kamera das ist schwierig zu so positioniert ja 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 ich hätte gerne mal die kamera gut platziert aber es funktioniert nicht so wie ich will ja gut in die mit zu spät ok ich muss auch wieder putzen ich sehe das ist schon dreckig wieder ja ich soll mal putzen das ist die zauberkeit dieser an war ja ich muss ja auch ja 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 ok noch einmal in ok mitarbeiter ok 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 entsorgen dann gehen wir erst mal die inna wieder ausbildung so feiligkeit trainiert jawohl und ich werde sagen trainiert man doch ein auf die einkauf sowieso man könnte die alle trainieren auf die einkauf weil da habe ich keine arbeit für den moment nicht zugewiesen und nur an personal leiter bleibt für die moment nicht zugewiesen feiligkeit trainiert jawohl ok und jetzt ich wollte schauen ausgeführung fahrer aber ich meine ich glaube ich habe auch was falsch gemacht ich habe auch keine putzfrau für den obquartieren kann ich einfach sehen wie es man unternehmen freitag auch da ok 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 aber ich habe noch eine ok warum habe ich nur ein der auf die einkauf ist ich will sowieso für den moment dass alle gehen trainiert jawohl nicht zugewiesen aber ja doch ich habe jemanden in die reinigung ok ich habe noch einen personalleiter ja ok und im einkauf haben wir niemand mehr ok und was ist mit unser zweites geschäft da brauchen wir auch leute sowieso erst mal muss der fahrer der muss auch etwas bringen das ist auch die sache gut gut und ich werde sagen erfahrern wieder nach hause erfahrt wieder nach hause da könnte ich einfach auch jawohl jawohl taxi das ist unser lagerhaus nein das ist auch nicht unser lagerhaus das ist das andere geschäft ok wir fahren nach hause jetzt ok ja das ist sehr sehr viel Beschäftigung für den moment sie sehen auch wurden die gemütet essen essen sollte man auch gleich und dann zufriedenheit schauen wir fernseh ok fünf stunden das mal schauen wir zwei stunden ok 9 uhr jawohl wir sind auch wieder zufrieden ok und man könnte auch wieder schlafen gehen schlafen fünf stunden nein kann man einfach schon neun stunden schlafen neun stunden schlafen gesamt gewinn 11.000 sehr gut sehr gut sehr gut ok lebensmittel kann man auch schon wieder essen aber erst später ich werde sagen ich wollte auch ja ich will einfach diese trennwand kaufen redbox flower liefert seit dienstags nur ja aber die trennwand wo sind die das ist noch die sache trennwand rom trainer mit fenster jawohl da brauchen wir auch vier stück ich sehe mal bei 26 ok es langt vier stück jawohl ok die rom trainer habe ich gekauft so dann kann man ein bisschen computer machen jawohl vier stunden ja aber mal vier stunden und ich weiß nicht aber wir an kredit genommen die letzte mal ich habe auch keine ahnung tage privat und park gebühren ja nein ich habe auch keine marketing kampagne miete umsatz materiell marketing management marketing kampagne vollständig alle acht mit lohn annahme rückerstattung kostion kapitalanlage ich habe eine kapitalanlage der was der bringt für die moment 287.000 nea 287.000 ok das ist auch was ich habe auch keine ahnung ich bin bei tage 1 70 minus 5000 und ihr 287 ok negativ sind der bank ah ja ja wir haben auch a ok saldo ja ich glaube ich bezahle an kredite das ist klar ich glaube ich habe auch an kredit gemacht eingang zum fitness studio ja ok kapitalanlage da muss man ich weiß auch nicht was ist mit meine kapitalanlage ach hier war das kredit aktuell wert 4000 ok das ist auch nicht so viel du hast keine kredit du hast keine kredit ich habe keine kredit ok dann wusste ich auch nicht mehr dass ich habe keine kredit gemacht wir haben jetzt alles im plus ok das ist doch gut dass alles im plus ist muss man sich auch nicht beschwert so essen wir essen auch etwas sehr wohl und ich weiß nicht kontakte mein employe die sind immer noch im 3 stunden übrigens drei stunden drei stunden drei stunden okay die sind alle noch in ausbildung in drei stunden soll das vorbei seine sehr gut dann kann man auch wieder fernseh gucke für drei stunden werde ich sagen er wollte für drei stunden ja fernseh beginn ja der big boss der bleibt zu hause was sollte man machen der big boss darf auch anfangen zu hause bleiben hopp Zeit überspringen ok mitarbeiter ok ok die haben alle ihre umschulung fertig mein employe aber ich weiß nicht wie viel prozent brauchen wir für den fahrer aber ich mache dem auf 100 prozent und dann personal leiter trainieren wir auch einfach noch ein bisschen jawohl trainieren wir trainieren wir die sind alle trainiert jawohl ok nicht zugewiesen ausbildung zufrieden zufrieden die sind alle zufrieden meine personalität ist wirklich tip top was ist mit unser laden unser laden hier ja geschlossen ja das ist für den moment klar ich mache noch nicht auf aber ihr aktuell sicherheit gut 87 verkehrindex marketingindex 18 prozent ok ok zufriedenheit 82 prozent das ist auch nicht schlecht ok 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 red tox flower ha die zufriedenheit ist nicht gut die zufriedenheit bei der red tox flower die ist nicht groß ach das ist immer noch schmutzig ok ist die immer noch krank moment 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 my employer ok ok welche laden war das ich muss ja putze gehen na gut aber das geht morgen könnte man morgen putzen oder wir machen trotzdem umsatz aber ihr immer mal kein umsatz oder ich weiß nicht marketing daher sind wir mittlere internetkampagne jawohl einstellungen jawohl zeitplan ja die klar ist heißt wieder da ein blick was ist das ein blick ok perfekt 90 prozent ja die kundeservice ist nicht so optimal die kundeservice ok gut aber es ist ok wir machen trotzdem geld da hat man keine sorge zu haben ok ich kann einfach auch noch einmal pc spielen ich bin mal noch ein rund call of duty call of duty oder keine ahnung was man spielt zufriedenheit ist gestiegen aber wir sollen auch bald wieder sport machen weil die zufriedenheit bald ist auch nicht mehr so groß gehen wir lieber wieder fernsehschauen zwei stund fernsehschauen fernsehschauen stund sie wenn sie sich wollen überspringen dann kann man direkt ins bett gehen fernsehschauen und fünf stunden schlafen mal wieder sechs stunden schlaf mal sieben stunden ok wir haben sogar wieder geld und 96000 aber wir haben trotzdem ein verlust von 9000 warum haben wir ein verlust von 9000 107 ja gut tag 104 welche tage haben wir heute 107 insgesamt negativ sind es aber ich habe keine keine kredit ich weiß auch nicht warum haben wir negativ sind laufen ausgabe 17.000 gut was ist was spricht die umsatz ja wir machen 7000 9000 fast 9000 ja 9000 dollar umsatz das ist auch nicht so viel ja gut ich warte jetzt das unser fahrer wird ausgebildet das ist auch die sache ok jetzt kann man sowieso oh moment moment wir sollen wieder essen essen so und dann haben wir unsere lieferung die bald antritt das ist jemand verletzt ja es tut mir leid ja alles gut ich warte auf ein taxi ich muss auch sehen wo kommt ein taxi 6 uhr morgens da kommt keine taxi das gibt es doch nicht taxi taxi ich will ein taxi nach paris ja jawohl 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 avanti avanti so wir gehen zu unser geschäft hier redox flower ja das war beim redox flower nein das war nicht was für ein schreckliche oje ok und zu kunde service ist einfach nicht optimal aber ich kann das auch nicht so enden doch ich könnte immer auch im umschulung schick aber dann habe ich auch niemand mehr für die laden so bleibt unsere lieferung ja gut das kommt erst um 10 und wenn die lieferung da ist dann gehe ich mal fitness mal das brauchen wir auch wieder fitness ja ob bringt uns die lieferung die die ware bei ihnen ein new vehicle ok so unsere lieferung kommt ihm 20 minuten ungefähr ja und wir haben auch dann stelle ich mal die sache in form so diese trennung für die lagerraum weil ok die lieferung ist da rumfenster ok aber das war auch und die falsche adresse geliefert das war auch die falsche adresse geliefert warte ok ok jetzt einer mal platzieren platzieren ich möchte einfach das sauber platzieren oh ja es wird auch sauber platzieren hier wäre auch nicht schlecht nicht gut gut ich glaube das wird zu viel platzieren aber ich kann das auch so machen ok ja und jetzt wird einfach viel mehr dreckig die lade ne das ist einfach wahnsinn dass jetzt die laden werden mehr dreckig ich muss mehr personal anstellen bald ja ich entsorge das oder entsorge ja zwei haben gereicht jetzt rumteilen hier brauchen wir auch nicht ok verkaufen jawohl kriegt man auch wieder geld gut aber jetzt ich muss ihr herputzen so ich muss die lade zauber machen das gibt es doch nicht ok ja ich nehme ja der chef putzer ja ich wollte auch einfach schaue mir die kamera ok ok das ist auch sauber das war auch nicht mein plan dass ich noch sauber die laden aber ihr sieht man auch nicht so das ist dreckig oh doch oh doch man denkt dass der boden ist sauber aber nein er ist voll dreckig ok sie sehen auch dass mir die reinigung das ist auch schlecht für mich jetzt ich brauche eine neue putzfrau aber ich kann einfach auch nicht alles machen das heißt für die neue geschäft ja brauchen wir ein zweiter putzpersonal gut ich werde einfach noch zwei mehrere leute anstelle weil oh ja das ist wirklich dreckig oder handy so und dann bekommen wir noch nicht mal 100% ich weiß auch nicht ah ihr und ich will noch sport machen ok gut entsorgen ok ok jetzt will ich sport machen und dann mache ich auch diese paar am ende so ich brauche taxi taxi so wir gehen sport machen supermarkt wo ich nicht fitnessstudio 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 wo war das noch so ein fitnessstudio ja ok wir gehen dort jawohl ich habe auch fast keine energie ok ich muss mich noch kümmern dem personal dann machen wir das danach erstmal erstmal sport anziehe sport sagen ok ok darf ich das nicht machen kann ich das nicht machen ah doch tradingbank ja ok 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 und jetzt haben wir Ungarn dann fahren wir wieder ja gut aber ich kann einfach auch so fahren ja gut ich habe sowieso einen Garterober zu hause ah taxi 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 jawohl jawohl ich will auch nicht mehr in dem fitnessstudio ich will nach hause ok 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 und jetzt erstmal schnell essen das immer auch fix und fertig aber ich habe keine schrank für mich aussieht ok ich dachte dass ich werde noch an schrank habe das kleine schrank kleine schrank kann man nichts machen ok das heißt ich muss mich auch kümmern mich selber ich habe war das beim ikea ikea mobile aus ja ok anruf hallo wir können sie helfen ok 2 der street mittwoch 10 uhr ja da brauche ich einfach eine eine garderobe kingside bett kugeln und das ist für trainieren man könnte auch trainiert zu hause schrank mit schublade so moment buchregal schrank mit ecke schrank ja ich brauche eine schrank für die klamotte wo finde ich das modern kabinette modern schrank ecke schlechte kleine schrank gute garderobe jetzt garderobe bestellen jawohl was noch kann ich mir noch ein wand heizkörper ich habe auch nicht gesehen dass sie meine wohnung war heizung love bond nein ein klima stanz ja das könnte man machen weil vielleicht brauche ich auch gar nicht mehr in dem fitness studio zu gehen weil das kostet auch einfach geld ihm immer ein laptop warum nicht ein laptop ich habe keinen platz glaube ich für den laptop bloom kasten ja ein pflanz kann man auch nehmen und ein kügel jawohl und noch noch ein pflanze ok in ordnung ok ich habe für 2000 bestellen und dadurch ich werde sagen ich mache ihr auch diese part am ende ich bedanke mich noch für zu schauen 44 minuten das war ein langer marathon für euch wenn ihr das auch jetzt verfolgt wir haben noch jetzt die personal noch die umschulung fertig zu machen und dann irgendwann muss ich auch starten mit die kasse die umschulung zu starten aber wird mal sehen aber jetzt ich bedanke mich noch für zu schauen und wir sehen uns noch tschau machs gut bis 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 bis